Drake weiß, wo Jackknife steckt, er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt nur so von Cobb. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Hallo? So. Ah, der Typ ist natürlich auch geil. Irgendwas macht irgendwen nervös. Was soll denn das jetzt? Das ist so böse Menschenplan, böse Dinge. Das sagt einem genauso viel. Ach. So, los, hoch hier. Achso, nee, das geht nicht. Jetzt müssen wir hier rum und hier rum und hier rum. Ich hab... Naja. Oh. Da ist schon wieder der Hubschrauber. So. Lassen Sie, wo Sie sind. Sie begehen ein Verstorgen gegen Städte der Gesetze. Der Helikopter hat sich entdeckt. Lauf! So. Sie wurden gewacht. Wir lassen uns Feuer. Die sind doch alle nicht ganz glatt. Der hat doch schon vorher geschossen. Alles sehr seltsam. Hm. Lauf schneller. Kiste! Ui. Oh Gott. Oh, dieser Laserstrahl gefällt mir gar nicht. Ui. Ach, jetzt wüsste ich auch warum. Ui. Ja. Ja, 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 ja. Der Helikopter hat sich entdeckt. Lauf! Der Helikopter hat sich entdeckt. Wir haben uns gewacht. Wir haben uns Feuer. Oh Gott. Und ab! Ui. 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 Ach, du Schreck, ey. Was soll denn das? Wieso? Boah, hallo? Was ist denn nur auf einmal los? Du kannst nicht mal... Ja, dann laufe ich halt. So, so, so. Vielleicht sollte ich mal einen anderen Weg lehnen. Wie soll man auch ein Helikopter entkommen? Einfach so. Gehe hier lang und da lang. Und hier lang. Und jetzt reine ich hier lang. Und ruhig. Ui. Oh Gott. Hier hinter der Ecke dürfte der Milch ja nicht sehen. Du musst auf den Kanälen rausrehen. Ach, Quatsch. Nein, weg hier. Also ich wäre ja an Hubschraubers Stelle ganz nach vorne geflogen und hätte auf mich gewartet. So. Hier kann man dran drehen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Und schwupp. Hopp. Hoch ans Rohr. Und dann muss man da rüber. Und hopp. Nein. Halt dich fest. Ach, Mann. Das ist so. Woran macht das Spiel eigentlich fest, wann ich sterbe und wann? Nee, das ist doch. Ich meine, aus dem Helikopter rausspringen hat doch auch super geklappt. Oder ich war ja eigentlich nie drin in dem Helikopter. Aber egal. So, weiter geht's. Und hier ist alles mal blau. Sie haben dich eingekesselt. Du musst die Kanalisation erreichen. Ich spring einfach mal auf alles, was rot ist. Oh, Bullen. Hopp. Hä? Äh. Äh. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und jieieieiei. Und an der Wand lang. Und hopp. Und hopp. Und halte dich daran fest. Und nach vorne. Und sprung. Und hopp. An der Wand lang. Und hopp. Und hopp. Halt dich da fest. Oh, jieieieiei. So. So. Muss man überhaupt hin? Sind wir hier richtig? Ach. So, dann gehen wir hier nochmal an der Wand lang. Not-Toren-Entriegelung. Benutze. Ah, ich haue jetzt einfach auf den Knopf. Scheiß, was da stand. Benutze. 15 Sekunden. Entriegelungszeit. 15 Sekunden. Jetzt habe ich nur 15 Sekunden Zeit. Oh, naja, Gott. Und hopp, hopp, hopp. Und hoch hier. Wahaha. Das reicht für mich ja aber lächelnd spielend. Eine Ratte. Oh. Hm. Was soll das denn jetzt? Moment, ich hole Schwung. Ach, jetzt? Dann klappt es auf einmal. Ich habe doch Schrift gedreht. Naja, was soll's? So. Und schwupp. Noch mehr Ratten. Okay. So, on top. Oh. Hier kommt gerade was durch. Mist, wir haben wohl die Ahnung, dass du dich da drin verkriegst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Oh ja, da. Ich sehe sie. Das war... Ey, ich war doch schon oben. Los, weiter. Glaub los, nicht, dass die Kopf nicht da runterkommt. Ach. Hier kommt gerade was durch. Mist, wir haben wohl die Ahnung, dass du dich da drin verkriegst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. So, jetzt muss ich mich noch um Scharfschützen kümmern. Nein, ich... Oh Gott, ich dachte schon, ich springe wieder an der Leiterverweisung. Aber bis jetzt läuft's ja so schlecht. Ihr kleine Miesen. Hä? Was? Niemand? Schau die Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Alter! Voll miese Aktion. Schalte Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Nein, nein, haha, ich wollte doch einfach... Ach, doch. Nein! Ach, jetzt ist der Wurm drin. So, okay, nochmal ganz ruhig. Ich kann... So viel mehr Anlauf habe ich ja gar nicht. Und top! Hui! So. Schalte Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Boah! Ah, die soll da nicht drüber springen. Die soll... Na... Eliminier dich selber! Schalte Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Ich muss erst mal kurz hier... Da ist man ja fast gewillt, zurückzuschießen. So. Ah, ja. Das leuchtet aber schick. So, jetzt... Ist das so ein Scharfschütz? Nö. Da muss ich lang. Hopp. Jetzt muss ich allerdings da drüben hin. So. Oh oh. Was soll das denn? Hä, wieso ist denn die da jetzt runtergefahren? Ist die eigentlich behämmert? So. Und jetzt einfach hier rüber. Los. Also. Hallo? He he. Was zum... Hm. Ich hätte lieber da oben lang gehen sollen die ganze Zeit. Wo soll ich eigentlich lang? Hä? Ich hätte doch doch dort raus gemusst. Aber... He he. Könntet ihr mal ganz kurz aufhören? Nur eine Sekunde. Delta. Oh Gott. Jetzt habe ich aber Stress. He he he. Ja, ich... Ja, ich komme hier aber nicht raus. Ui. Hä? Was soll das denn? Erreiche den Ausgang an der anderen Seite der Kanalisation. Ja, habe ich doch. Nu? Man muss sich weiter nach hier. Ist ja so drüber. He he. Ja. Ist ja. Mann ey, das ist ja beschad... Da siehst du da so eine große Tür und dann... Aber die Kleine hält ganz schön was aus. Und hier geht es einfach mal... Hä? Hä? Der hat doch aber auch gesagt, der Ausgang ist oben. Ja, das hat natürlich... Was soll denn der Blödsinn? Was ist denn das jetzt für ein... Dort unten ist da gar kein Ausgang. Da. Ja, und dort komme ich aber nicht raus. Hä? Hä? Ja. Ja. Ja.